Jussi, hey, ähm, es tut mir leid. Also, das mit eben, das war wirklich blöd von mir. Ich will natürlich nicht, dass du von der Schule fliegst, ist ja völlig klar. Ich möchte einfach, dass du dich in Zukunft ein bisschen zurückhältst, okay? Mann, ich nimm deine Entschuldigung natürlich an und es tut mir auch leid. Ich hab wirklich überreagiert, aber du musst auch verstehen, was alles für mich auch im Spiel steht, weißt du? Ich liebe es lernen zu sein und ich liebe die EFG und die Jungs hat mich doch sowieso schon auf den Kieke. Oh, was? Das ist euer Scheiß, ernst? Was soll das? Könnt ihr nicht woanders spielen? Ihr geht mit Pfannen auf den Biss, ey. Ja, hallo? Machst du auch mit dem Kopf, oder was? Ich bin hier gerade am Gewinn. Du kommst am Essen. Vom Kopf her und vom Verstand her versteh ich dich ja auch, aber was mit dem Abstand, das ist nun mal nicht so einfach für mich. Ich hab mich einfach in dich... Sag mal, ist das dein Ernst? Hast du keine Augen im Kopf? Das ist ja kein Bolzplatz. Bisschen mehr Rücksicht auf andere nehmen vielleicht. Guck mal, wie das aussieht. Das tut mir wirklich leid, das tut mir wirklich leid. Da, warte, warte. Ich glaube, ich mache das lieber selbst, ja? Ja, warte, ich mache das schon. Ähm... Das geht langsam weg. Dietrich, Mann, die gucken schon, okay? Jetzt hör bitte auf. Du machst es nur noch schlimmer. Das ist doch dreckig. Ja, aber mach es doch bitte nicht in der Schuppe vor allen Leuten. Jetzt hör bitte auf. Ich mach das schon selbst, okay? Es ist einfach wie verhext. Immer wenn ich Jessie in meiner Nähe habe und immer wenn ich an meine Liebe gestehen will, kommt irgendwas dazwischen und der ganze Schuss geht nach hinten los. Also das ist fast schon wie irgendwie so ein Wink des Schicksals. Also vielleicht soll ich es einfach sein lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz schnell dringend mit ihr drüber reden muss. Hey, da bist du ja. Hey. Mann, ich habe doch gesagt, lass mich in Ruhe. Mann, Schatz, du musst mir jetzt auch mal zuhören. Wir sind zusammen. Ich bin dein Freund. Schon mal darüber nachgedacht, wie es mit uns beiden weitergeht? Soll ich jetzt weiterhin Schuljunge sein und du eine tapfe Businesslady? Keine Ahnung, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber wir werden eine Lösung finden. Schatz, du gehörst zu mir. Du gehörst hier an die EFG. Karin, ich such dich schon überall. Guck mal, jeder 50 Euro, der ist von Alexa. Ich habe ihr eine supergute und teure Creme verkauft. Ey, wir beide als Businessfrauen, das wird so mega. Wir müssen jetzt aber auch bloß ins nächste Verkaufsgespräch. Nein, Karin, hey, du musst hierbleiben. Oh, hör dich auf ihn. Nur Bares ist Wahres. Nein, Bildung und Gefühle. Das zählt viel mehr als Geld. Komm, Karin, wir gehen. Bitte bleib. Mann, seid ihr alle bescheuert? Hä, jetzt hör doch mal auf mit dem Gefühlsdrama hier. Wir müssen jetzt mal Taten folgen lassen. Ich gehe jetzt zu Frau Holmes und melde mich von der Schule ab. Tante Sabine steht voll hinter mir. Kommst du mit? Karin, bitte, du gehörst hier hin. Ach, Karin. Nee, komm, lass nicht an. Hey, hey. Ich verstehe es nicht. Warum stellt Karin sich jetzt so an? Ich dachte, wir verstehen uns voll gut und machen das zusammen. Und jetzt kommt Lukas mit seiner Ego-Nummer und sie zweifelt? Ach, keine Ahnung. Was ist hier los? Frau von Wiesenau. Karin will jetzt auch die Schule schmeißen. Na und, sie ist doch alt genug, selbst zu entscheiden, was sie möchte. So wie ich auch. Okay, Jacqueline, bei dir scheint der Entschluss zu stehen. Habe ich noch eine Chance bei dir? Ja, meine Entschluss steht fest. Sie können mich nicht mehr umstimmen. Sorry. Dir ist aber schon klar, dass in Deutschland Schulpflicht herrscht, he? Also deine Erziehungsberechtigten, nehmen wir auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Wenn sie Tante Sabine meint, die steht voll und ganz hinter mir. Sie findet das sogar gut, dass ich Vollzeit bei ihr einsteige. Meine Entscheidung steht fest und sie kann mich auch nicht mehr umstimmen. Sorry. Das war von Wiesenau. Bitte. Sie müssen mir helfen. Sie müssen Carmen umstimmen. Vielleicht geht das bei ihr ja noch. Können Sie bitte was unternehmen? Ja, das werde ich auch. Ach man, der arme Lukas, der ist wirklich total verzweifelt. Aber ich kann ihn auch gut verstehen. Der ist mindestens genauso überrumpelt von Carmens Plan wie ich. Ich muss jetzt einfach alles dafür tun, um Carmen zum Bleiben zu bewegen. Was auch immer. Und wenn ich mit den Eltern reden muss, dass sie sagen, die muss auf der Schule bleiben. Jessie, jetzt warte mal. Ich werde mal kurz mit dir reden. Dietrich, ist das jetzt so ein Ernst? Muss das denn genau jetzt sein? Guck mal, ich habe hier einen riesigen Fleck nachher. Drückt sich da irgendwas durch? Können wir das nicht irgendwie auf später verschieben? Bitte. Wir könnten doch nach der Schule... Was denn nach der Schule? Zusammen einen schönen Waldspaziergang machen. Da sind wir auch ganz alleine. Und keiner beobachtet uns. Hey, eins nach dem anderen, okay. Ich würde gerne diesen Fleck erstmal rauswaschen. Dann will ich den Pullover trocknen lassen und dann hole ich mir gegebenenfalls irgendwas aus der Fundkiste, okay? Und danach können wir auch vielleicht, aber auch nur vielleicht zusammen diesen Waldspaziergang machen. Okay, ich muss das jetzt erst machen. Was soll das denn heißen? Vielleicht. Man kann sich ja nicht nur vielleicht oder ein bisschen treffen. Und man kann auch nicht nur vielleicht ein bisschen schwanger sein. Also ich warte jetzt hier so lange, bis Jessie mir eine eindeutige Antwort gibt. Hey. Das Ganze scheint dich ganz schön mitzunehmen. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll. Schau mal, Carmen, die rationalen Gründe habe ich dir schon genannt, warum du in der Schule bleiben solltest. Zukunftsperspektive, kein Stress mit den Eltern. Und um Gottes Willen, am Ende ist es ja auch ganz allein deine Entscheidung. Aber es gibt einen Aspekt, der bei deiner Entscheidung eine wirklich wichtige Rolle spielt. Der wäre... Du hast gerade einen Tief. Wegen der nicht ganz so guten Noten. Aber hey, das ist völlig normal. Das hatte ich auch. Ich war auch immer jung. Man möchte am liebsten alles hinschmeißen. Man hat keinen Bock mehr. Aber Carmen, wenn du das tust, dann wirst du dir ewig die Frage stellen, ob du nicht doch das Klassenstil hätte schaffen können. Sie haben ja recht. Und außerdem möchtest du immer das Gefühl haben, dass du versagt hast, dass du es nicht probiert hast. Das wird dich bis in dein Erwachsenenalter noch mitnehmen. Viel positiver und schöner für dein Selbstwertgefühl ist es doch, wenn du sagen kannst, hey, ich habe die Zähne zusammengebissen, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe alles gegeben und ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht. Ich kann stolz auf mich sein, ja? Und ich habe nicht aufgegeben. Das wäre schade. Also noch mal, wenn du zurückkommen möchtest und es dir anders überlegst, die Tür steht dir immer offen. Ja, ich wollte auch niemanden auf den Schlips treten, aber ich habe ja diesen Traum von der Kosmetik verkauft für ihn. Ah ja, ja. Jacqueline, ich finde es wirklich schade, dass du gehst. Und ja, ich gebe zu, ich muss bei dir leider aufgeben. Ich möchte nur eine Sache noch gern mit auf den Weg geben. Das heißt ja nicht, dass das jetzt alles gewesen ist mit der Schule. Du kannst zurückkommen oder du kannst auch ein freies, soziales Jahr machen, um dich vielleicht erst mal zu orientieren, wenn du gerade partout sagst, Schule kommt für dich nicht in Frage. Ja, oder Abendschule. Also, wenn das eine Option ist, deinen Abschluss zu machen, dann ruf an. Und wir helfen dir gerne, jederzeit. Ja? Danke. Junge Dame, Carmen, mir hat da so ein Vögelchen gezwitschert, dass du mir was sagen möchtest. Ähm, ich werde bleiben. Ähm, ich werde versprechen, dass ich mich am Riemen reißen werde und dass mein Notentief wieder besser wird. Und Jacqueline, es tut mir wirklich leid. Ach, alles gut. Weißt du, so brauche ich die Kohle nicht teilen. Und ich kann dich dazu nicht zwingen, wo du gar keine Lust drauf hast. Das bringt mir doch auch nichts, hm? Jacqueline, ich habe dich lieb, wirklich. Bleib genauso wie du bist. Du bist so ein toller Mensch und du wirst deinen Weg gehen. Danke. Du auch? Hm. Okay. Es war nicht immer alles schlecht an der EFG. Ich fand es hier sogar richtig cool. Aber es ist halt nichts mehr für mich. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer wiederkommen. Das einzige Doof ist, halt meine Mitschüler. Ich würde dich schrecklich vermissen. Ja. Schön, dass du bleibst, wirklich. Ich fühle mich schon viel besser. Es war definitiv die richtige Entscheidung zu bleiben. Ich habe zwar ein bisschen Schiss davor, wie es weitergeht, aber ich weiß, dass ich alles schaffen kann. Und Jacqueline, der wünsche ich alles Gute der Welt. Jessie, du bist mir nach einer Antwort schuldig. Wie lange brauchst du noch? Ich brauche hier noch ein bisschen. Ich meine, es ist nur ein kleiner Fleck auf einem weißen Oberteil. Und es ist keine Trikotsammlung von einer ganzen Fußballmannschaft nach einem Turnier. Ja, komm einfach rein. Ich kann sowieso deine Hilfe gebrochen. Kannst du das vielleicht kurz stramm halten, mit beiden Händen, dass es irgendwie ein bisschen strammer ist? Vielleicht geht der Fleck am Besserweg. Hast du ja, danke. Was machst du denn noch? Nichts. Siehst gut aus. Ja, mal ehrlich, also, auch wenn es komisch klingt, aber ich bin auch nur ein Mann. Und wenn du da so jetzt vor mir stehst, dann fällt es mir natürlich auch nicht so leicht, einfach wegzuschauen. Wobei, störe ich Sie zwei denn gerade? Also, das ist echt nicht so, wie es aussieht. Wirklich nicht. Dann erklären Sie mir, was ich da gerade gesehen habe in Holting. Ich? Ja. Ich habe gerade versucht, dir dabei zu helfen, diesen Fleck da wegzumachen. Ja. Alles gut. Ich habe eh schon schlechte Laune. Jacqueline hat mir gerade erklärt, dass sie mitten im Schuljahr die Schule schmeißt. Was? Warum will Jacqueline dann weg? Das erkläre ich Ihnen später. Können wir uns darauf einigen, dass so körpernahe Hilfsarbeiten demnächst unterlassen werden? Ja. Können wir uns auch darauf einigen, dass diese körpernahen Zufälle aufhören? Ja. Gut, fein. Dann anziehen. Mit oder ohne wird es mir egal. Und Sie können gehen. Ich würde mir gerne die Hände waschen. Das kann ich ganz alleine ohne Hilfe. Ich bin sehr verrückt. Ja. Gott sei Dank hat Frau Holmes noch mal ein Auge zugedrückt. Glück im Unglück sozusagen. Aber ich glaube, wir sollten das nicht noch weiter herausfordern. Jessie, ich sehe das wirklich genauso wie du. Gut, dann sind wir uns ja einig. Ja, also ich sehe das genauso wie du, dass wir uns am besten nur noch außerhalb der Schule sehen sollten. Ich weiß nicht, was ist. Wir, wir sollten uns wieder hier noch außerhalb der Schule zu zweit sehen. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Vielen Dank.